hallo zusammen die caravan in düsseldorf ihr seht vielleicht wo ich bin ich bin zu hause die caravan düsseldorf ist heute anfang pressetag und dann geht es dann los am samstag und ich bin nicht da habe ich mal ausgestellt aber nein wir machen aktion im angebot der messe düsseldorf wir haben hier ein 200 watt solarpanel mit dem mptt regler für 382 euro bzw 350 schweizer franken ich verlinke es euch unten im shop das könnt ihr bestellen wenn ihr meinen kanal verfolgt dann habt ihr festgestellt dass ich nicht mehr so viele videos mache ich habe ja zu über 1000 videos auf dem kanal aber es ist sommer wir haben momentan hier 33 34 grad also wenigstens dann am mittag es ist richtig warm wir machen noch gewerbliche kühlung da gibt es zig kühlanlagen jetzt am anschlag laufen die hat nicht gereinigt wurden der kondensator ist dreckig ja ist so das läuft nicht und da weiß man nicht was man den ganzen tag machen soll außer service gucken dass die anlagen wieder laufen dass sie wenigstens wieder auf die temperatur kommen sonst ist es bei uns relativ ruhig geworden der ganze sektor boot die sind schon am auswassern oder denken sich ja ich gehe dann auf die messe dann schaue ich vielleicht da oder ich kann dann im winterlager schauen was ich da machen kann also es wird ruhiger es ist ende sommer obwohl ich noch nichts spüre aber jetzt am wochenende soll es ja dann zwölf grad werden nachts ich lasse mich überraschen wir haben eigentlich keine neuigkeiten die wir an der garavan düsseldorf präsentieren können wir sind an der nächste messe die ist dann nächsten in bern ich verlinke es euch auf der homepage wann das datum genau ist das stellen wir aus haben wir einen kleinen stand mit kühlschränken mit solar panels aber sonst wir sind da wir haben die lager voll in anführungszeichen also wir haben gut bestückt es ist weniger gelaufen dieses jahr als schon letztes jahr man merkt der caravan boom lässt ein bisschen nach aber was jetzt kommt sind die vielen nachbesserungen also wir haben jetzt sehr viele camper die dann umrüsten vom absorber auf den kompressor kühlschrank eine kleine solarplatte obendrauf oder zwei ist immer abhängig vom platz solarpanel rein natürlich haben wir auch batterien lithium batterien im sortiment da gibt es im herbst dann wieder eine aktion was wir da machen ob irgendwie gratis einbau oder sonst irgendwas das ist noch offen aber sonst die die an den caravan düsseldorf gehen wünsche ich eine schöne messe nehmt gutes schuhwerk mit weil die messe ist riesig ihr habt viel zu laufen und plant vielleicht auch nicht nur einen tag ein sondern zwei drei tage weil die messe ist gewaltig groß ob schon ich nicht darum hier verlinke ich euch das video zu dieser solaranlage diesem solarpanel einfach als ergänzung wenn es mal zu schwach ist oder ihr irgendwo parkiert hat unter den bäumen und somit wünsche ich euch einen schönen tag